Setzen wir unsere Reise fort durch die Geschichte des Internets. Es begann alles beim Alpha. Am Anfang war das ARPANET. Großartige Ideen muss man auch einfach beschreiben können. So 1969. Sie sehen rechts die Skizze der ersten vier Knoten, der ersten vier Universitätsrechenzentren, die verknüpft waren. Wir haben hier die University of California in Santa Barbara, die University of California in Los Angeles. Und wir haben das Stanford Research Center und dann noch die University of Utah. Wir sehen hier auch, wie in den rechteckigen Boxen die Rechner. Bekannt im universitären Bereich sind insbesondere die Deckmaschinen von Digital Equipment, die PDP-10, der ein oder andere Zuhörer wird sie vielleicht noch kennen oder IBM Rechner 360 Grad, die hießen so wegen des Vollkreises. Die PDP-10, damit Sie mal eine Vorstellung haben, was 69 so möglich war. Sieht so aus. Begehbar. Klinisch. Und Sie können davon ausgehen, dass Sie in Ihrem Laptop mehr CPU-Power und RAM-Speicher und Festplatten-Kapazität haben, bei letzteren bin ich nicht sicher, als in dieser PDP-10 steckten. Aber sie war weit verbreitet. Das APANET blieb ja nicht bei vier Knoten. Entwicklungsstand 1977, gelb hervorgehoben, wo die verschiedenen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Militärbehörden, ihre PDP-10 Maschinen stehen hatten. Wahnsinn. Drawing of 4, not network. Historisch. Hat was von Albert Einstein. E gleich M mal C Quadrat. So fing das an. Wir sind alle geprägt heute durch das Internet. Kommunikation findet zu 99% international im Internet statt. Und diese vier Knoten. Gut, wie war das alles möglich? Es hatte Synergieeffekte. Zwei Megaentwicklungen der Neuzeit kamen dort zusammen. Zum einen die Erfindung des Telefons, der Telefonie. Daten konnten übertragen werden. Und zum anderen, durch die Erfindung des Computers, des Rechners, durch Konrad Zuse, konnten diese Daten automatisch verarbeitet werden. Und wenn wir diese Entwicklungsstränge, diese Megaentwicklung zusammenführen und dann noch ein paar neue Konzepte und Techniken hinzu addieren, dann kommen wir zum APANET. Neu ist die Paketvermittlung. Also nicht alles auf einmal auf einer dezidierten Leitung übertragen wollen, sondern Häppchenweise, Paketweise, noch viel kleiner, Telegram-Stilweise, Datagrams. Und die Struktur, wie allein schon dieses Vier-Knoten-Netzwerk andeutet, ist dezentral, vermascht. Barron und Watts-Davis waren hier federführend in den Konzepten. Später kam noch der Modellvorschlag, wie man alle Rechner miteinander verbinden kann, über den OSI-Vorschlag, Open Systems Interconnection, von der ISO, Standesierungsgremium der UN, dann offiziell verabschiedet und kombiniert mit einem Übertragungsprotokoll, TCP over IP, kam der Durchbruch. Hier waren CERF und CAN maßgeblich beteiligt. APANET 1969, militärisch zumindest begründet durch die Militärbehörde des Verteidigungsministeriums der Amerikaner, darüber hatte ich eben gesprochen. Und die erste Nachricht, nun, ein Login. Wie Sie sich auch bei Aversity anmelden müssen, oder in einem anderen System mit einem Benutzerkonzept, also wollten Sie Login allerdings hier die Aufforderung übertragen. Das wird uns in einem der nächsten Kapitel bei HTML beschäftigen. Gut. Also, wie ging das? Ich habe mir da mal ein Zitat aus der Zeit geholt. Die Techniker an diesen vier Standorten, die ich gerade benannt habe, hatten auch noch eine Telefonleitung nebenbei, wo sie sich über das, was sie da eintippten auf ihre Tastaturen, unterhalten konnten. Und, naja, sehr komisch, oder? Gib mal ein L. Hast du es? Ja. Gib mal ein O. Hast du es? Ja. Beim dritten Buchstaben brach dieses Netz zusammen. Aber der Fortschritt war ja nicht aufzuhalten. In den 1970er Jahren übernahmen die Europäer so ein bisschen das Heft in die Hand. Die Franzosen definierten ein Netz namens Cyclades, wo zum ersten Mal auch die Paketvermittlung eingebracht worden ist. Von denen kommt ja auch letztendlich der Begriff, ja, Datagram von Telegram. Und beteiligt waren natürlich große Telekommunikationsunternehmen. Dann die Satellitenübertragung, um halt auch über den Pazifik, über den Atlantik, eine Netzverbindung aufzubauen. Getragen wurde eigentlich die weitere Entwicklung von den universitären UNIX-Rechnern, PDP-10 und Folgemodelle. Und die Wissenschaftler, oder sagen wir mal, alle die Leute, die Zugang hatten an den Forschungseinrichtungen, an den Universitäten, zu diesen Rechnern, haben sich in einem USENET zusammengeschlossen. Und haben sowas, ja, was sie im Diskussionsforum von der IVERSITY finden, in einem Newsforum über ihre Forschung unterhalten. Die Amerikaner zogen nach. Bei den heißen Informatikfakultäten Computer Sciences, Faculties oder ähnlich. Das CSNET wurde 81 gegründet. Der Durchbruch im ARPANET. Sie haben übernommen, das, was die Franzosen in ihrem Cyclades vorgeschlagen haben, die Paketvermittlung, das Schichtenmodell OSI, TCPIP. Dann, nachdem das ARPANET auf TCPIP umgestellt wurde, wurde es auch zweigeteilt, wobei uns natürlich der zivile Teil interessiert. Dadurch wurde die Anbindung an die universitären Netze, in diesem Fall CSNET, ermöglicht. Und auch wir zogen nach, wie in Deutschland, mit Karlsruhe, Verband seiner Rechenzentren, mit dem CSNET. 1990, die letzten Rechner wurden runtergefahren, die das ARPANET implementierten. Und ein großes, neues Programm wurde aufgelegt, der Amerikaner, National Science Foundation, NET, das NSF-NET, für zehn Jahre. In den 90ern Jahren, also 1990er Jahren bis heute, gab es dann die Wende hin zum kommerzialisierten Internet. Man spricht heute die nationalen Telekom-Gesellschaften an und nicht universitäre Einrichtungen und hoffentlich auch nicht das Militär, um einen Zugang zum Internet zu erhalten. All das können Sie kompakt in einem Erklärvideo von Millie Bill Gill, im Rahmen seiner Diplomarbeit an der FH Mainz entstanden, sich in Ruhe in acht Minuten anschauen.